Wäre es nicht eine super Idee, alles rund ums Fahrzeug und rund um den Fahrer aus einer Hand zu bekommen? Ein Dienstleister für alles? Hatten Sie diese Idee schon? Wir auch! Wir begleiten Sie bei Ihrer Karriere als Auto- oder Motorradfahrer und Fahrzeughalter. Von Anfang an! Mit unserer Fahrschule NO77 sind wir sozusagen der Geburtshelfer für Sie als Auto- oder Motorradfahrer, der Ihnen auf die Straße und in die Spur hilft. Kunden nah und persönlich. Eine kompetente und solide Ausbildung ist die Basis für jeden Verkehrsteilnehmer. Sicherheit und Spaß am Fahren stehen dabei für uns im Vordergrund. Das gleiche gilt für unsere spannenden Fahrsicherheitstrainings und Events aller Art rund ums Fahren von CareMotion. Wir konzipieren Kurse und Weiterbildungen und führen Sie durch mit jahrelanger Erfahrung und mit guten Kontakten im Bereich von Auto- und Motorradtrainings, Fahrtrainings für den Winter auf Schnee und Eis und Sportfahrkursen auf der Rennstrecke mit dem Auto oder Motorrad. Ebenso bieten wir Schulungen, Vorträge und Weiterbildungen für Firmen, Fahrlehrer, die Polizei und Feuerwehr und Rettungssanitäter. In Einzelcoachings oder in Gruppen. Bezüglich unserer Trainings und Weiterbildungen bieten wir vor allem schnelle Wege und ein hohes Maß an Professionalität und Individualität. Denn wir stehen in enger Verbindung zu Behörden und den größten Fahrsicherheitszentren in der Schweiz. Und zu guter Letzt PKK Events bietet neben den PKW-Sportfahr- und Rennstreckentrainings ein umfangreiches Zubehörangebot für Ihr Auto. Alufelgen, Reifen, Kompletträder, Auspuffanlagen, Bremsen, Pflegeprodukte und vieles mehr. Bei all unseren Angeboten bürgen wir für Qualität, Kompetenz, schnelle Durchführung, Innovation, Erfahrung und besondere Kundennähe. Mit einem starken und kompetenten Team stehen Sie im Mittelpunkt und bekommen alles aus einer Hand.